Jede Religion hat vier Hauptsäulen. Die erste Säule einer Religion ist die Glaubenslehre oder die Aqida. Das wird die Verinnerlichung oder die Überzeugung, was natürlich diese Religion als Basis hat. Und wir haben das im Islam. Unser Aqida ist Tauhid, das wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017